Musik So sieht Poledance in Perfektion aus, vorgeführt von den Tanzlehrerinnen Saskia Mutschal und Katharina Stein. Musik Und sie möchte das vertikale Tanzen lernen, die 41 Jahre alte Marita Dreiske. Ich habe eine neue Herausforderung gesucht und habe das im Internet gesehen, bei verschiedenen Shows. Und es hat mir einfach gefallen. Und weil ich auch akrobatisch was machen wollte, habe ich gedacht, ich probiere es aus. Marita Dreiske gehört zu den Fortgeschrittenen. Einen Poledance-Kurs hat sie bereits gemacht. Im zweiten Kurs wird es um einiges anspruchsvoller. Plumps! Gut, dass wir die Matten haben. Rechter Fuß hinten dran. Jetzt zieht ihr euch hoch, versetzt die Beine, drückt die Oberschenkel zusammen und erst jetzt die Hände weg. Jetzt könnt ihr testen, ob ihr euch halten könnt. Saskia Mutschal hat früher Standard und Latein getanzt, jetzt ist sie Mitbesitzerin der Poledance-Schule. Bei ihrer Arbeit im Oberlandesgericht kennt man ihre Tanzleidenschaft und akzeptiert sie. Die ganze Polewelt allgemein macht viel Imagewerbung dafür, dass es wegkommt von diesem Klischee und von diesen Vorurteilen. Man hört es natürlich viel, aber sobald sie das sehen oder auch mal selber probieren, merken sie, wie anstrengend es ist, dass es wirklich ein Sport ist und dann haben sie sofort den Respekt. Kraft braucht der Poledancer und eine gut befestigte Stange, denn sonst drohen üble Missgeschicke, wie zahlreiche Internetfilme belegen. Das kann in einer Poledance-Schule natürlich nicht passieren. Katharina Stein unterrichtet die Anfängerinnen. Vom Fußball ist sie zum Poledance gewechselt. Die Tanzschule in Emmendingen war ein lang gehegter Traum von ihr. Also man braucht überhaupt keine Vorkenntnisse. Das lernt man alles. Wenn man jetzt nicht so die Sportskanone ist, dann macht man halt viel Tänzerisches. Da lernt man ja auch, seinen Körper zu kontrollieren und seinen Körper auch zu mögen. Nach nur wenigen Stunden können auch die Anfängerinnen schon erste Tanzschritte an der Stange. Ein ungewöhnlicher Sport, der immer noch mit vielen Vorurteilen zu kämpfen hat. Ich erzähle es nicht allen Leuten natürlich, aber es ist schon im ersten Moment, dass es irgendwie erotisch sein soll oder so. Aber das erkläre ich denen dann auch oder zeige ihnen Videos, dass es dann auch nicht so ist. Das heißt ja mal direkt, du hast einen neuen Nebenjob oder so. Aber wenn ich den erkläre, das ist halt schon Sport, dann verstehe ich es auch. Also was andere denken, interessiert mich nicht, aber die meisten Reaktionen sind positiv. Noch sind es ausschließlich Frauen, die in der Poledance-Schule in Emmendingen lernen. Doch bald soll es eine Männerklasse geben. Marita Dreiske will auf jeden Fall weitermachen. In ihrem Keller zu Hause wartet bereits eine Stange zum Üben.